Suche Ghostwriter für Hausarbeit. Mit G-Writers erfolgreich zur ersten Hausarbeit. Wir kennen das Problem von ganz ganz vielen Kunden, die zu uns kommen, gerade die, die am Anfang des Studiums stehen. Die erste Hausarbeit versetzt sie oftmals in Stress und Panik. Das liegt an einer Reihe von Faktoren, unter anderem, dass einfach noch kein ausreichendes Fachwissen da ist, dass die Studenten auch noch nicht wirklich vorbereitet sind auf das wissenschaftliche Arbeiten, umgehen mit Literatur, Recherche und mit Quellen und eben dort auch noch gar keine Erfahrung gesammelt haben. Deswegen ist von vielen Studenten neben dem Coaching auch ein Ghostwriter gesucht. Was muss dieser Ghostwriter dann eigentlich mit sich bringen? Der Hausarbeit Ghostwriter muss natürlich erstmal über exzellentes Fachwissen aus dem Bereich verfügen, muss die zentrale Literatur des Fachbereiches kennen. Das heißt natürlich nicht, dass dann die komplette Literaturrecherche ausbleibt, aber natürlich muss er erstmal alle zentralen Forschungsergebnisse, die derzeit vorliegen, kennen, um weiter auch in die Literaturrecherche einsteigen zu können und qualitativ hochwertig arbeiten zu können. Weiterhin muss er nicht nur harte Skills vorweisen, sondern auch sogenannte Soft Skills, er muss einfühlsam sein und das Problem des Kunden auch wirklich verstehen und aufnehmen können, professionell und am Ende natürlich auch diskret sein. Wie läuft also das Ghostwriting bei GWriters ab? Wir haben einen umfangreichen Pool aus wirklich hochwertigen wissenschaftlichen Autoren, die allesamt von uns geprüft wurden und wir würden für den Studenten eine akademische Mustervorlage in dem Bereich des Ghostwritings eben anfertigen, sodass sich der Student eine Mustervorlage für die Hausarbeit schreiben lassen kann. Verlässliche Autoren sind natürlich unser Credo. Die Qualifikationen dieser Autoren wurden allesamt durchgängig durch einen mehrstufigen Qualitätsprozess geprüft und es bekommt jeder Kunde einen persönlichen Ansprechpartner, einen sogenannten Projektmanager, der auch weiterhin im Laufe der Bearbeitung die Qualität der Hausarbeit eben sicherstellt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen somit zeigen, wie auch Sie mit GWriters erfolgreich ihre erste Hausarbeit abhandeln können. Musik